Hallo und herzlich willkommen zu den Community News des September 2012. Mein Name ist Cynex, ich hoffe euch wird diese Ausgabe gefallen und wir starten direkt mit der ersten Meldung. Die erste Nachricht des heutigen Abends ist direkt eine traurige, denn Pusta82 und Gons von RebitsTV legen für unbestimmte Zeit eine YouTube-Pause ein. Beide sind erschöpft und haben keine Lust mehr Videos zu produzieren. Pusta sagt, dass einfach die notwendige Power fehlt, um seine Abonnenten zu unterhalten. Gons versucht zwar noch das Padawan-Projekt zu Ende zu bringen, er lädt aber auf seinem Kanal vorerst nichts mehr hoch. Wir hoffen auf tolle Comebacks in absehbarer Zeit und alle Junior-Taters-Mitglieder wünschen den beiden eine erholsame Auszeit von YouTube. Das Allotrix-Video. Commander Krieger beschwert sich über die vielen Allotrix-Kommentare unter seinen Videos. Diese haben da nichts verloren und deshalb hat CK das Allotrix-Video gemacht. Unter diesem Video könnt ihr alles zum Thema Allotrix besprechen. Fragen stellen, eure Meinung kundtun, seine Gameplays bewerten und alles was mit dem Thema zu tun hat. Aber bitte nur unter diesem Video und unter keinem anderen mehr, das nichts mit dem Thema Allotrix zu tun hat. Skill auf dem PC? MaxFPS und Kaboom haben mal wieder ein Dual-Kommentary gemacht. Die beiden reden über Skill auf dem PC und warum sich PC-Spieler als die einzig wahren Götter des Zocknungs betrachten. Es wird mal wieder sehr viel gelacht und die beiden kommen auf die eine oder andere schräge Idee. Trotzdem ist das Video sehr informativ und einfach nur zu empfehlen. Den Link zum Dual-Kommentary findet ihr in der Videobeschreibung. Die ultimative Allotrix-Liste. Majestical feiert nach seinem Ausschluss bei Kriegers Padawan direkt einen Riesenerfolg und zwar mit seinem Video die ultimative Allotrix-Liste. Angelehnt an MaxFPS High- und Low-Skill-Listen verrät uns Majestical, was alles Allotrix ist und was wir auf YouTube unbedingt vermeiden sollten, um nicht Allotrix nachzumachen. Das Video kommt super gut an und hat bereits fast 40.000 Aufrufe. Das Schwabenland ist Allotrix, Baden-Württemberg ist Allotrix, Deutschland ist auch Allotrix und da Merkel direkt unter Deutschland steht, ist Merkel auch Allotrix. Und da jeder andere in Deutschland unter Merkel steht, ist jeder Allotrix. Demnach bin ich Allotrix, du bist Allotrix und wir alle sind Allotrix. Abonnentendurchbruch. Viele Kommentatoren konnten im letzten Monat Meilensteine ihrer YouTube-Karriere verzeichnen. Während an der Serial Mitte diesen Monats die 70.000 Abonnenten geknackt hat, dürfen sich auch viele Junior-Taters-Mitglieder über runde Zahlen freuen. Dr. Pressure und Majestical haben nun beide über 6.000 Abonnenten, Gio 4.000 und meine Wenigkeit darf sie über die ersten 1.000 Abonnenten freuen. Das war's auch schon wieder mit den Community-News für den Monat September. Ich hoffe es hat euch gefallen, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Der nächste Monat wird dann wieder von einem anderen Junior-Taters-Mitglied moderiert und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Cynex. Vielen Dank fürs Zuschauen.